auf twitchy und guck mal ob wir auch auf tiktok hier sind, yes wir sind auch auf tiktok tiktok zweiter kanal, gucken ob wir da drin sind seite hier immer noch im haus da läuft es einfach viel zu stockwerk runter ja das komm ich nicht mal zeynep was geht, jungs wenn ich zwischendurch hier am babbeln bin bin der einzigste was geht westseits scheinen was geht na kommen gleich leute rein hab mich schon gewundert wo du bleibst hey yo, hello tschüss die nehm ich mir ich lauf hier noch mit pistole rum boah die mp nehm ich mir auch danke bro immer wenn ich feierabend habe und pen möchte streamen, irgendwas stimmt dann ich bin sorry antonio yes ab ja mal einer batzen hier sind noch mehr batzen hier gibt's gutes geld ausrüstungslieferung ist unterwegs juli wollte genau jetzt schlafen hey was geht ab leute alles gut bei euch ich wollte eigentlich schon eher reinkommen aber ja ey hier kaufen wir noch einer ne drohne give me some money sollen wir die einfach nur hast du schon eine ausgelöst ach so ja hast du ah ok hier ist noch ein auftrag direkt schließen welche markiere wegpunkt sollen wir die dings nehmen die ist ziel marie was geht wir spielen heute mal warzone ausnahmsweise mal moment ich muss euren chat mal ein bisschen verschieben chatbox machen wir mal so ein bisschen weiter hoch was für eine waffe ich? ja m4 stark so liebe freunde sag mal den zuschauern hallo feier deine live videos hallo mehr live streams von warzone jungs das ding ist ich bin nicht so gut in warzone also mir zuzugucken entweder ich muss dann einfach du bist der heftigste in warzone hab's zu labern ähm mach doch mal 10 kills minimum nein 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 das ding ist ich bin echt schlecht oh fuck irgendeiner fliegt hier hin ey wie ist einer hier ist einer ich hör ja hallo irgendeiner wird mich gleich runter holen über uns ist auch einer über uns ist einer über uns ist einer am fliegen über uns ist einer am fliegen wo ist der andere hin einer kommt hier hin geflogen äh also was ich sagen will ich bin heli ey ein ganzes team ein ganzes team im heli bei uns hier die kommen die kommen die kommen wo markieren bro äh also herzschlagsack drei leute achso warte ich guck ah von vorne kommen die ja warte bis die bei der kiste angekommen sind mein gott hä oder wer hat mich hier abgeschmissen von euch also eine ist hier unten drin er hat mich abgeschmissen ich nicht keine hier kommt einer hier kommt einer bin er gelandet genau vor mir also eine ist unten drin und zwei andere sind versetzt aber ein ich komm runter ja ja hier im gebäude ist noch einer ja ... ok ich habe ihn ich habe ihn daa der des apfe muss stehen die maschin tsch hast du dich tsch tsch habe zwei ist da noch einer na ist hier ist ne Panzerplatte Leute, nein, ich bin erst seit 5 Minuten am Stream, ich weiß nicht was der Scheiß soll von Twitch, dass die keinen Leuten mehr Benachrichtigungen schicken. Ey, ich muss mich ghost nehmen. Hast du noch nicht? Ey, da landen welche, da sind welche. Direkt vor uns oder wo? Mach eins. Versuch das noch mal. Und ich bring dich um. Ah, die sind bestimmt bei der Ausrüstungslieferung. Ähm, wieso nicht auf Discord beschäftigen? Joker, das war spontan. Ähm, ich bin mal mit den Jungs eigentlich am Zocken. Ich hab vorhin die ganze Zeit die Grafikeinstellung wieder bearbeitet, weil es wieder so ein bisschen am Lagen war zwischendurch. Und jetzt sollte es aber eigentlich ganz flüssig laufen, oder? Oh, Outla. Ich halte mal die Stellung hier. Outlast haben wir schon durchgezockt gestern, Outlast 2. Und als Sank habe ich eine Sperre bekommen von TikTok. Für einen Tag. Ähm, ja, da kamen, da kamen ein paar heftige Szenen vor, die nicht so nice waren. Ah, hol mal eine Drohne. Safe. Da hast du eine. Äh, ja. Brauche Aufklärung bei meiner Position. Jetzt ist es aber gut, ja. Ich hol mal noch eine. Oder ich helfe's. Äh, ich weiß nicht, warum. Bei mir sind welche. Uh. Hab den geholt. Oh, der Hund hatte sogar Geist. Tschüss. Ich hab dem gegeben. Nein, da. Achtung, Drohnenfreiststoffe ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ja. Äh, die F... Die F... Die F... Nehmen die die alle als MP, oder was? Äh, ja. Ist die so gut? War richtig gut, aber jetzt wurde die ein bisschen genervt. Oder soll ich meine Mag10 behalten? Was geht? Arda, Joker, Juri. Ich nehm meine Mag10. Komm her, die Zuno kommt. Bei Blau war jemand. Moin. Was geht ab, Leute? Alle auf TikTok, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, kommt direkt rüber auf Twitch. Armin-Adiyano. Äh, vielleicht... Vielleicht machen wir später noch ein bisschen Horrorgame oder so. Ja, wollte ich erst machen, aber... Dann hat mich hier mein lieber Kollege ja angetextet. Also, komm, Bro. Ist okay, Bro. Du kannst es doch ruhig verraten. Du kannst es ruhig verraten. Das ist kein Problem. Oh, da. Wieso machst du jetzt so? Ich glaube, hier hinterm roten Haul... Hier hinterm roten sind irgendwo welche, glaube ich. Irgendwer war da am rumsnipen. Alle bekommen Noobs im Wurst. Safe. Ich bin selber der größte Noob. Wer snipe da, wer snipe? Ja, irgendeiner beim roten Haus, glaube ich. Oder dahinter. Oder oben drauf. Spielst du heute nur WoWzone? Ich werde mal schauen. Wahrscheinlich später noch ein, zwei Horrorgames. Da oben sind welche. Der holt sich gerade Ausrüstungslieferung. Oh, shit. Ich habe den unten bekommen. Der da oben hat mich gekriegt. Unten ist einer... Nee, ich spiele am PC. Aber meine Jungs... Die sind auf der Playstation. Ich spiele grau MP7 oder MP4. Der ist hier vorne. Wenn du den Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst, darfst das für dich. Habt ihr mich, habt ihr mich, habt ihr mich. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl von der Hammer. Ich wüsste nur... Finischt ihn mal, finischt ihn mal. Hab ich, hab ich. Aus deiner Stücke. Ja. Oh, hier war einer. Oh mein Gott. Hier war einer. Nein, der war... Ja, der ist auch... Huch. I'm back. Was mein Beruf ist. Ich bin selbstständig. Ich habe eine Freizeitanlage. Ähm... Shit. Haben die euch beide geholt? Ja. Oh, mies. Boah, hier unten ist richtige Ballerei einfach. Wo soll ich denn landen? Baller, loo, loo, los. Ähm... Boah, hier ist echt eine miese Zone, ne? Ja, dein Teamrichtlin hat den KULAG betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Ich guck mal, ob hier schon gelootet wurde. Oh, hier ist alles gelootet. Ich habe gehofft, dass hier noch nichts weggefuttert ist. Weißt du, was ist ja mein... Wann ungefähr? Also Uhrzeit. Äh, mit dem Horrorgame, Jungs, kann ich euch nicht sagen. Also ich würde mich jetzt nicht hundertprozentig darauf verlassen. Wenn es nicht zu spät wird, komme ich nochmal. Oh, Jungs, ey. Was habt ihr gemacht mit mir? Wie soll ich euch retten? Ich bin absolut da... Ähm... Gibt es einen Dingsauftrag? Äh... Hier... Ich schaff das mal. Wie heißt das? Dieses... Versteckenauftrag? Ich habe einen Aufmerungsauftrag gefunden. Hamstern-Auftrag ident negativ. Vergesst, was ich gesagt habe. Hamstern... Sonst nichts? Alles, alles... Alles miese Briseaufträge. Ich habe überhaupt eine Karte. Das ist alles... Airport. Ich bin ein... Wie du und ich... Auto kommt, Auto kommt. Yes. Ey, Leute. Läuft der Stream bei euch flüssig oder geht's? Äh... Das Gas kommt. Fisch ist ein bisschen am hängen. Ein bisschen am hängen. Manchmal. Aber woran kann das liegen? Ja, ich sehe das auch gerade. Aber woran kann das liegen? Ist die Frage. Letztes Mal war das nicht so. Keine Ahnung. Das ist manchmal echt komisch, ne? Ich blick das nicht mehr ehrlich. Ich muss von irgendeinem... Oh, hier ist jemand. Oh, hier ist einer. Mach Totenstelle und dann... Wo steht er einfach? Ja, der ist da drin. Surprise, Motherfucker! Da ist noch einer. Da ist, glaube ich, noch einer. Ja, aber... Da. Ja, 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 ja. Oh, fuck. Hier ist ja noch einer. Da waren... Nee, ich habe gar nichts gehört. Ich habe keine Schritte gehört, Mann. Hast du die Schritte gehört? Ja. Wollte ich gehört. Aber war da rechts noch einer? Rechts war noch einer am Snipe. Aber links ist einer reingelaufen. Aber der im Busch war doch noch da, oder nicht? Ah, mein Herz. Äh, alles flüssig, clean. Wo du im Gulag warst, hat ein bisschen gehängt. Ja, ich finde das voll komisch, so... Ich weiß nicht, woran das Licht, dass der das ab und zu so hat. Ruckelt wenig. Äh. Jungs, braucht ihr noch einen Teammate? Komm rein, Idris. Und wir zocken war schon heute, Prinz, auf Emma. Aber nicht unter 3 AKD. Äh, Enes, hast du das mitbekommen, dass die Handys einkassieren und so? Die Polizei ist... Ich hab mich heute noch... Irgendwas mit Sticker... Ich hab mich heute noch mit dem Snipe gesprochen. Und was und warum geht's da, Krämer, die Leute auf dich? Ich wusste auch nicht. Ich wusste auch nicht. Ich kannte das nicht. Ich war mal ein Bruder gefragt, was das sein soll. Und da haben irgendwie anscheinend... Damals, vor ein paar Jahren, welche so Sticker verschickt. So mit... Kinder... Protografisch inhalten. Echt? Äh, ja. Das ist jetzt irgendwie rauszukommen. Ich verfolge das jetzt. Aber ich check nicht, wie sollen wir das rauskriegen? Idris, äh... Boah, ich bin nicht über die Playstation drin. Also ich heiße hier. Ich kann das mal gleich kurz einblenden, meinen Namen. Und dann könnt ihr schauen. Das Spiel hat momentan nur Probleme. Ja, aber... Also bei mir auf dem Bildschirm läuft das Spiel komplett ruckelfrei. Das ist ja das Ding. Ihr werdet gleich sehen, zum Beispiel. Ähm... Wenn gleich die Szene kommt mit dem Flugzeug. Wo man rausfliegt aus dem Flugzeug. Bei der Szene... Ruckelt es so extrem. Aber bei mir nicht. Nur bei euch auf dem Bildschirm. Das ist voll seltsam. Hier, das sind die Namen. Kannst du bei Battle.net oder wo auch immer hinzufügen. Namen? Hm? Seine... Ist deine Map, äh, rund? Meine Map? Oben links. Warte. Oben links? Warum ist sie nicht rund? Wie meinst du nicht rund? Also deine Minimap. Achso doch, bei mir ist rund. Bei dir nicht? Nein, mach dreck vierkig. Weil da hat einer auch geschrieben. Ich hab das gar nicht gesehen bei dir. Warum? Weil vierkig siehst du mir als bei rund. Wo mach ich das denn hier allgemein? Allgemein dann H-O-D. Ah, da. Kreis. Was? Haben die das geändert? Nein, mach mal abangem. Oh, die Helikopterszene ist immer so am abkacken. Ja, man ist voll laut. Äh, Marie, vielleicht kommt später noch ein bisschen Horror. Aber ich will nichts versprechen. Battle Royale. Wähl einen Einstiegspunkt für dein Teamsoldat. Äh, Jungs, wie heißt ihr auf Plazy? Jemand soll euren Namen haben, dass er mitspielt. Synaptic 1. Hier, einfach Synaptic 1 auf Plazy. Da ist mein Kollege. Tschüss, seid ihr schon rausgeflogen? Ich komme, Bro. Raus, Bro. Da landen 34 Millionen Menschen wahrscheinlich. Oh. Okay, einer ist schon da. Wir müssen definitiv etwas zu essen machen. Ich habe Hunger. Der Feind springt über dem Gebiet. Vorratskiste bereit für die Abholung. Springen, Alter. Meine Fresse. Der Hund. Oh mein Gott. Ich konnte nicht über diesen Affen rüberspringen, Alter. Oder was passiert? Der nächste drei Leute bei mir unten. Nichts Besonderes. Äh, ich habe eine Lasertag-Anlage, Leute. Lasertag. Die Flugzeugszene, Sachse, ist normal. Also, ich glaube, bei dem normalen OBS läuft es noch ein bisschen flüssiger. Moment. Ich habe den zu spät gesehen. Also, beim normalen OBS läuft das in Ordnung. Aber bei Streamlabs, also, ist da echt. Ciao. Ich mache mal. So, ich mache mal. Ich habe Sprecht-Taste angemacht, damit die mich nicht die ganze Zeit labern hören. Ich habe einen Station. Äh, er heißt... SYNAPATIC1. S-Y-N-A-P-A-T-I-C-1. Ähm. Aber wenn man so Streamern und so zuschaut, bei denen hängt die Szene doch auch nicht so krass mit dem Flugzeug, oder? Oder wie ist es jetzt bei euch? Ausrüstung gekennzeichnet. Digga, der ist Gegner, Digga. Was ist das denn, Alter? Oh Gott, was du da störe? Boah. Die sind einfach überall. Guten Morgen, Cherry. Ja, heute ein bisschen Warzone. Ich muss nochmal gucken, bei den anderen Streamern, ob das bei denen auch so krass am Abkacken ist, sobald die Szene kommt. Echt? Bei Finch hat es noch mehr gelegt? Krass. Weil eigentlich... Also, der Rechner ist eigentlich halt sehr stark und der hat halt... auch eine Kraft zur Grafikkarte. Das heißt, ich müsste eigentlich beides easy gehen. Wie lange ich schon jeden Tag... Oh, keine Ahnung. Ich glaube, seitdem ich angefangen habe, vor eineinhalb Wochen, sind wir fast jeden Tag drin. Wenn ich es tagsüber nicht schaffe, komme ich nachts nochmal kurz rein. Was aber halt seltsam ist, dass die Leute keine Benachrichtigung mehr bekommen. Oh, Junge. Tschüss. So, können wir alle mal... So, meine Leute auf Twitch... Was hast du über einen Namen hingeschrieben? Nein. Du brauchst den Namen selber gesagt gerade. So, was mit den anderen? Wann habt ihr eine Benachrichtigung bekommen, dass ich online bin? Voll viele bekommen irgendwie seit zwei, drei Tagen gar keine Benachrichtigung mehr, dass ich online bin. Das ist mega, mega Bullshit. Bruder, ich hab... Ich hab ne RTX 3080 hier drin. Also, selbst wenn du fünf Grafikkarten zurückgehst, müsste alles flüssig laufen. Deswegen, ich weiß nicht... Ich weiß nicht, woran das liegt. Hast du jetzt erst eine Einladung bekommen? Da ist doch einer jetzt hier. Da ist auch einer. Da ist auch einer. Ah, Digga. Alles klar, Digga. Alles klar. Das ist die Beste, woran zockert. Hier landet einer. Hm. Voll seltsam. Bei jedem ist irgendwie anders mit den Benachrichtigungen, ne? Nicht die auf Insta schreiben. Was meinst du mit... Bin vom anderen Account gekommen? Also kann ich die auf Insta schreiben? Digga, die waren ja schlimmer als Dyson-Stoppsorger, Alter. Schösschen. Pass einer rein. Ja, Leute, wir sind gerade im Game. Der kann gerade nix annehmen oder so. Was war ich von dir? Mit Pistol die ganze Zeit. Ich bin mit zwei Freunden am Zocken gerade die ganze Zeit. Wir haben vorhin erst angefangen. Mal schauen. Jetzt mal hier mit dem Auto weiterfahren. Alter, hab ich mir noch nicht bekommen, aber die letzten zwei Tage nicht. Voll seltsam ist das. Also ich weiß nicht, woran das liegt mit diesen Benachrichtigungen. Ja, mach du, Digga, kaputt zu fahren. Machst du auch? Komisch. Ich übernehme das Feuer. Wer ist jetzt gehört mir? Kann man bei Warzone auch so Custom-Games machen mit Zuschauern? Ich war heute, also ich war tagsüber den ganzen Tag unterwegs und jetzt abends habe ich die ganze Zeit ausprobiert wegen der Grafikkarte, was man da machen kann, dass die flüssiger läuft beziehungsweise bei Spielen. Und die Einstellung hier müsste eigentlich ganz gut sein, glaube ich. Ein Teammitglied wurde als meistgesuchtes Ziel markiert. Beschütze es um jeden Preis. Was schreibt ihr morgen? Zwei Hüß. Was sind Hüß? Ausarbeiten. Mein längster Anruf. Boah, ich telefon hier schon lange nicht mehr viel. Meine Anrufe sind nur noch ganz kurz. Aber früher war er noch ein bisschen kleiner. Ja, kann man schon ein paar Stündchen. Ich wurde einfach im Auto gesnapt. Cool. Was soll ich machen? Kennzeichner, Ausrüstung. Sehr schön. Hausaufgabenüberbrief. Hm. Ah. Das war's. Das war's. Meistgesucht Auftrag. Geht auf die Jacht. Hamster ein Auftrag identifiziert. Oh. Eine Runde. Welche sind Kisten? Was? Bei mir dauert einer ruft drei bis vier Minuten. Ja, scheiß raus. Ja, ist immer so. So. Vor allem Mütter. Und die können so lange immer reden. Ja, wo liegt denn die Kiste da? Links. Da, von da. Digga, was ist das für eine Scheiße? Was sind das denn? Was ist das auch schon? Da, schon. Bei allen, sonst schaffst du es nicht ein. Hoch, da. Hallo, Levina. Also bestimmt noch ein paar mehr sogar wach, aber... Und die wenigsten kriegen eine Benachrichtigung gerade. Lieblingsfarbe? Schwarz. Ja, schwarz-weiß. Schwarz-weiß ist immer gut. Was hast du denn für einen Namen auf dem anderen Account? Ähm... Er trifft schon. Schwarz-weiß ist immer gut. dieser benny also ehrlich gesagt ich habe vor lange nicht mehr wort und gespielt ich hab vor lange nicht mehr gezockt wo so ich bin auch nicht so gut aber es macht spaß was was für hunde ich nehme diesen dings meistgesucht auftraglich und fahre mit dem auto rum ach so du bist zurück ich dachte ich wäre alleine meister hübsche mp7 hier aufgesammelten custom von irgendwem leute was habt ihr gemacht heute und hat jemand von euch schon frei aktuell oder alle noch brav schule überall fliegen diese waffen rum zone kommt irgendwo ist fenster kaputt gegangen oder mein bruder holen oder das gas verbreitet sich schnell in die neue der feind nähert sich Über dir ist er gelandet? Wo ist er gelandet, über dir? Oh mein Gott, ich hasse das in meinen Rücken einfach. So, warte mal, lass mal rausgehen, eh jetzt nimm mal irgendeinen an von den Leuten, die die Freundschaftsanfrage geschickt haben, das ist irgendeiner von den Zuschauern, dann könnt ihr noch ein paar Röhnchen mitzocken, deutscher Nick Merckx, nein Bro, habe mir das normale Mikro geholt, nicht das ist, ja die sind ja beide gut, also die Mikros, äh Eno, nimm mal ne Freundschaftsanfrage von einem der Leuten an und lass den mal mitzocken hier in der Runde Ok, ich geh auf, wohin Bro, goodnight, dann nimm zwei an. So, ich guck mal, dieser Ben, ich will auf jeden Fall den einladen. Hier ist schick mal. Hier ist schick mal. Frag mal, frag mal wie der heißt. Äh, Benni Tee oder so, hat der, haben die keine geschickt? Warte, ich guck jetzt. Dieser Ben, Youtube, frag einfach nicht wegen, ne. Komm rein Ben, also jetzt zocken, safe. Aber wer, wer hatte sie denn Anfrage geschickt, sonst nimm die zuerst rein. Von kleiner Ratte einbekommen und von Marvin. Lego. Hast du angenommen? Am besten Anime suchte, wurde ich gesperrt oder so auf Twitch? Ich weiß nicht, warum? Findest du mein Live nicht? Sveti eben schreibt, ich könnte onkommen, aber hab Angst, dass mein Vater reinkommt. Sagst du das für Schulprojekt? Ja, für Schulprojekt. Hattest du die anderen angenommen? Ich hab jetzt nur zwei bekommen. Ja, okay, wir starten einfach. Schau mal. Eiche, was geht? So, meine Party People auf TikTok, wenn ihr Bock habt, kommt rüber auf Twitch, armen-radiano. Oh, wir machen hier ein bisschen. Was hat Selex gemacht? Warum tut er? Muss halt um sieben Uhr aufstehen. Oh. Nicht so super. Äh, Evil Francesco. Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Warst du schon mal hin? Doch, aber wenn ich was schreibe, kommt nicht an. Das ist seltsam. Warst du schon mal im Stream? Hast du vielleicht Blödsinn gemacht und die Moderatoren haben deinen Chat gestummt? Berto, Escape the Ayuwoki haben wir auf jede erdenkliche Weise durchgespielt. Ähm, die einzige Version glaube ich, die wir hier noch nicht gespielt haben, ist im Dunkeln, also ohne Taschenlampe. Warum startet der nicht? Oder ich habe mir mein Internet aufgewertet, einfach 1000 Mbits Leitung. Krass. Und 50 Mbits Uploads. Ist Glasfaser bei dir jetzt? Naja, ist kein Glasfaser. Weiß gut, aber das hängt. So. Das ist das Ayuwoki-Game, ne? Boah, ich suche Spiele wie das Spiel, aber ich gebe kaum was das so ähnlich ist. Wir starten gleich den Einsatz. Ähm, MoTV, ich weiß noch nicht. Ich wollte heute eigentlich sowieso nicht so lange machen. Deswegen, ähm, wahrscheinlich morgen erst. Ein bisschen mehr. Morgen oder, ja, morgen Nachmittag, abends. Schauen wir mal. Äh, ich habe keine Playstation, also ihr könnt mir eine Anfrage schicken. Das ist mein Name und die Nummer. Die Battle-ID, glaube ich. Battle.net. Ähm, und hier unten, das ist mein Kollege. Das ist sein Name für die Playstation 4 aber auch. Ja, Edgar, wir haben schon gestartet. Wir machen die Runde und dann, ähm, holen wir dich rein. Das Aufwärmen ist erledigt. Legen wir endlich los. Five Nights at Freddy. Ja, wir haben Teil 4 gestern gezockt. Diese Szene ist immer am ausrasten, so laggy. Ich weiß nicht warum. Guck mal, meine CPU läuft mit 3% und trotzdem kommt OBS nicht hinterher bei dieser Szene. So. So, so, so. Das wird full sein, aber das wird full sein, aber für dich kein Problem, Bro. Echt, bei euch läuft die Szene fließend, nur ein bisschen verpixelt. Bei mir sieht, also bei mir auf dem Schirm läuft das halt auch komplett glatt, aber das sieht bei mir so aus, als würde es für euch halt nicht. Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren. Da war schon wieder der gleiche, Alter, das gibt's doch nicht, Alter. Das gibt's doch nicht, Alter. Wo hat er dich denn bekommen? Mann, zack, das spiel ich mir immer. Dein Teammitglied ist im Gulag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Was für ein Dreck. Oh mein Gott. Immer kommt noch irgendeiner aus irgendeiner Ecke rausgelaufen. Was passiert, Bro? Was passiert, Bro? Oder jedes Mal stellt sich einer einfach hinten an. Das hat mich mal an, das gibt's doch nicht. Ich hab den einen geholt, der andere, der andere aber so, nö. Äh, wie ist denn der Glitch im Stadion? Ich hab das Spiel echt schon länger nicht gespielt. Ich spiel diese Karte auch zum ersten Mal jetzt. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Bist du auch zurück? Bist du auch zurück? Mhm. Ja, ich check das mal gleich bei meinem Kollegen. Ich bin dort landen. Tja. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Der Fall springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ich hab ihn. Ja. Einer läuft hier gerade weg. Zwei Leute. Zwei Leute bei mir. Ah. Das Gas kommt. Ah. Sorry. Artisch. Die kommen von unten. Dein Team ist tot. Jetzt liegt es an dir. Ja, mich. Die Jäger. Waren die wieder zu zweit? Ach ja, einer war... Hey, warum springt denn sein... Warum springt denn sein Ding so hin und her? Habt ihr gesehen, wie sein Aim auf... ...gemacht hat? Kannst du ein bisschen Horror-Game-Zauern? Bitte? Ich würde jetzt auch aufgeben, Bro. Schick mal die Leute rein hier. Warte, ich hab... Dieser Band hat mich eingeladen. Und kleine Ratte müsste auch da sein. Jetzt. G2 an der Wand springen, dann seid ihr unten ganz Stadion. Ihr könnt auch Shop und alles benutzen. Oh, Edgar müsste auch noch da sein oder so? Ja. Mixed Ricks. Okay. Ich... 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 Ich check mal. Das glaube ich jetzt nicht, ja. Vielleicht heißt der anders. Ben hat mich eingeladen. Ben hat mich eingeladen. Mit Ben anladen. Er hat das Spiel aber noch nicht gestartet, so ich. Jetzt. So, Benny. Guten Tag. Was geht? Guten Tag. Wir erwarten jetzt von dem Performance, Ben. Oh, das ist okay. Ich hoffe, ich lief auch was. Er hat YouTube in seinem Namen stehen. Er hat YouTube in seinem Namen stehen, Bro. Oh. Das heißt... Das heißt was. Nicht so Noobs wie wir. Eine Runde zock ich noch. Lass mich bisschen carryen und dann... wir schlafen. Hört sich gut an. Ich lag eigentlich auch schon in meinem Bett. Marvin, hast du keine Anfrage geschickt? Und Edgar? Dafür bin ich sehr dankbar, sag ich jetzt mal. Evil Francesco kann auch keine schicken. Oder ist die kleine Ratte? Wer hat die kleine Ratte? Ich glaube, das ist Edgar. Ne. Dieser... Ist auf jeden Fall richtig müß, weil wenn der keine Headset hat. Easy. Er hat kein Headset? Er hat kein Headset? Oder was sagst du? Ich weiß nicht. Kann er nicht reden? Vielleicht quatscht er einfach nicht. Wollte ich nicht reden? Edgar ist kleine Ratte, okay. Kann auch sein, dass er sein... Dings ausgestellt hat. Sprachchatten so. Ist voll komisch bei Bozon irgendwie. Äh... Crossplay... Sprachchat... Vielleicht. Ja. Wir warten auf den Einsatzbefehl. Zeit zum Aufwärmen. Verweilen. Verweilen. Äh... Der Feint nähert sich. Boah le... Real. Allah hei... aber dass das spiel werde ich glaube ich niemals im stream zocken die sind ja nur am labern in dem spiel das ist ja mehr ein film als ein spiel das hat mich ehrlich ich habe mir ein spielablauf angeguckt also jemand hat das gespielt von anfang an ich habe doch zehn minuten kein bock mehr gehabt dieses spiel überhaupt mehr anzugucken weil es einfach komplett story ist bis was passiert dauert drei stunden dann passiert fünf minuten etwas und dann hast du drei stunden wieder film wo landen wir mach mal so stabilen korn er ist hier schon abgesprochen deine ratte und er fliegt in die falsche richtung ist er aus versehen abgesprochen vielleicht ja marie wie gesagt das hatte schon mal jemand vorgeschlagen aber ich fand das das war echt nur gebabbelt einfach das komplette spiel lang da landen schon welche ich gehe hier oben hin ziele sind markiert an die arbeit kopfgeld ziel identifiziert bringt das schwein zur strecke wo steht sind die bei euch Dein Teammitglied ist in Verlag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Okay, die waren zu zweit. Hinter der Wann sind welche zu zweit. MxdxRx, du siehst doch, dass die am zocken sind. Ich kann nicht auf Instagram jetzt irgendwelche Nachrichten schreiben. Ich antworte dir, wenn ich die Zeit habe und mir das durchgelesen habe, okay? Willkommen im Gulag. Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Im Stream 1. Ich weiß nicht, ob man das darf. Einfach im Film angucken im Stream. Und los geht's. Du bist dran, Kumpel. Mach dich bereit. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Alter. Sieger, das gibt's doch nicht. Tschüss. Hat dein Team genug Geld, kann es für deine Befreiung bezahlen. Visage. Visage ist gut. Ich hab das ja auch schon gezockt. Aber es ist extrem schwer. Visage ist wirklich sehr, sehr schwer. Weil man absolut keine Hinweise darauf bekommt. Also wirklich sehr, sehr wenig Hinweise darauf bekommt, was man da machen muss bei dem Spiel. Du musst um tausend Ecken denken und auch per Zufall einige Sachen entdecken, um drauf zu kommen, was du mit diesen Sachen anfangen kannst. Nate, was geht? Was? Was? Ja, ich bin auf hier voll auf. Okay, Digi. Ciao, Digga. Gute Nacht. Ciao, ciao. Bis dann, good night. So, bro. Ciao, ciao. VR-Spiel, spiel mal Affected A-F-F-E-C T-E Affected Doch und der am Ende Das war ein harter Kampf da draußen Zurück zur Basis für die Einsatzbesprechung Das war eine sehr schnelle Runde Ja, ja Passiert Start noch eingeben Jo Wir müssen jetzt den Wind holen, Mann Boah, das wird schwer Ja, ist möglich Ja, ich hab ja auch schon ein paar damals Gute, ich hab ja auch schon länger nicht mehr gespielt Wenn man einmal raus ist, ist es einfach Katastrophe Ja, schon Pulsmesser besorgt und Sound alert Pulsmesser nicht Nog schon lange Benni Ja Ob ich schon lange zock? Mhm Also generell Also warzone Also meinst du jetzt nur warzone Oder Ja, ja generell so Also generell zock ich eigentlich schon ewig Marvin, wen hast du denn eine Anfrage geschickt? Der Kollege von mir ist raus Und mir müsst ihr eine über Battle.net schicken Ihr solltet euch aufwärmen Der Einsatz geht bald los Der Feind nähert sich Ich hab das neue Call of Duty in ... ich weiß nicht mehr wie ... Das gab's zum testen Hab ich ein bisschen gezockt Also war echt nicht schlecht Aber ... Meistens nur warzone Also ich hab das hier jetzt auch schon ewigkeiten nicht gezockt Ich zock das halt nicht mehr so häufig Weil ich diese Horrorspiele die ganze Zeit am Spielen war Aber so zwischendurch Mit Freunden Ist immer ganz easy Aber ich werde heute nicht mehr so lang machen Ich denke mal das ist meine letzte Runde Also ... Ähm ich reg das auch ein bisschen auf Dass der bei ... Twitch hier meine Leute ... Oder vielen nicht anzeigt, dass ich online bin Ich hoffe das geht die Tage wieder weg Lass mal direkt raus Das ist ein Einstiegspunkt für dein Team Ja Das ist ... Gars nähert sich deiner Position Begib dich in die Sicherheitszone Vorratskiste bereit für die Abholung Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren Also ... Affected auf VR ... Mit VR Brille ... Ist heftig Das sind auch nur so Kurz-Games Also das ist jetzt kein mega langes Spiel Aber wenn du dich kurz einscheißen willst Das ist krass Und du musst da kaum was machen Du musst nur durch so ein Haus gehen Aber das ist echt heftig gemacht Das kommt alles so realistisch rüber Auftrag aktualisiert Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert Hier ist ein Sturmgewehr Nehmen wir Nehmen wir Nehmen wir From the Darkness ist auch stabil Der Silent Hill soll nicht schlecht sein Cry of Beer Da hat da auch schon mal jemand vorgeschlagen Ähm ... Sonst kann man sich auf jeden Fall noch ... Oh ... Wir können gleich Loadout holen Ja ... War ein komisches Jahr von mir Ähm ... Wo sollen wir hin? Ähm ... Sagen wir dann einfach Händler ... Ziele abgeschlossen Alle Vorratskisten gefunden Alle Vorratskisten gefunden Kleiner Rat, da hast du Panzerplatten Wenn ja, benutze sie Wenn nicht, kann ich dir welche hinlegen Ich platziere Panzerabwehrmine! Marvin habe ich gesehen gerade Let's go Das Gas breitet sich aus! Verbündete Ausrüstungslieferung unterricht! Verbündete Auftehrung ist online! Drohne erreicht Einsatzgebiete! Hier sind drei Leute in dem Haus Auto kommt Auto kommt Auto kommt Auto Achtung! Drohnentreibstoff wird knapp Zurück zur Basis zum Nachtanken Hab eingetroffen Alle sind in der Sicherheit Like schaden Feindliche Drohne über uns! da wo ich markiert hatte war vorhin ein ganzes team die waren glaube ich oben und runter gesprungen ein überleben erlaubt einen erneuten einsatz hast du den geholt ich glaube das war der typ hier vorne gerade den du geholt hast eine ratte war es aber nicht noch am boden oder weiß nicht der war schnell weg also ich glaube das haus hier ist keiner mehr drin irgendeiner hatte von den hügeln geschossen glaube ich da bei tv station da oben aber was jetzt nicht mehr sagen einer nockt da vor uns kommen noch welche richtung westen in die richtung wo ich guck dann ist es einer das war das noch mal ein ganzes team was geht ich habe zwei von denen so viel angeschossen den dritten habe ich gar nicht mehr gesehen der kampf geht los ja einer kommt von hinten rum irgendwie noch wenn du hier gewinnst geht zurück an die front verlierst du ist ein kampf vorbei schalte sie aus oder nimm das ziel ein ich bin wieder zurück ne du ich wollte schon sagen leute was geht ab müsst ihr nicht schlafen habt ihr keine habt ihr kein habt ihr keine schule morgen keine arbeit ja dieses blend ding das war eher wie eine betäubungsgranate gerade da ging ja gar nichts mehr obwohl die schon viel eher explodiert war einfach ich bin ja im nachhinein erst da reingerannt ja die haben bestimmt gesehen über herzschlag ich bin hier erstmal raus gleich morgen noch mal drin ja ich muss jetzt auch schlafen gehen ich wollte heute mal ein bisschen eher ins bett vier uhr halb fünf ist für mich ein bisschen eher kann ich dir denn hier eine anfrage senden geht gar nicht ich glaube du musst einfach auf party dann auf meinen namen und anfrage senden ja alles klar ok leute gute nacht ne man sagen bespät bis morgen oder so so leute auch für euch geht mal schlafen dass wir zeit stream hat glaube ich weitgehend flüssig funktioniert das ist das a und o darum ging es ja hier ich komme morgen auf jeden fall noch mal rein irgendwann im laufe des tages und dann schauen wir mal was wir zocken auf jeden fall ich wünsche euch dann gute nacht und würde mal sagen bis tomorrow tschüss 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 tschüss